Ey, ich bin jetzt mit The Boys durch, ne? Ich hab The Boys geguckt. Geile Serie, by the way. Chat, Vorschläge. Serien, die ich gesehen haben muss. Haut raus. Yalla, auf geht's. Stranger Things guck ich nicht, hab ich keinen Bock drauf. Hab's gesagt. Scheiße. One Piece. Bruder, geht viel zu lange, bis ich da mal durch bin. Es muss ne... Es muss ne Serie sein, die schaubar ist. Weißt du, was ich mein? Naruto teilt eine Million Episoden. Was glaubst du eigentlich, ey?